Die Sendung wurde live untertitelt. So meine Sportfreunde und Sportfreundinnen, lang 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 her im ATS, jo, ich habe hier geladen, Papiere habe ich schon, brauche ich mir diese Werkstatt an. Oh, kommt geschehen da herin, halt mal, wir haben es 5 Uhr morgens, ich habe meine Nacht hier verbracht, sehr ruhig gewesen. Jo, meine Sportfreunde, ist nirgend, niemand da, Witz ist jetzt den Stapler, den habe ich so reingestellt, ich habe natürlich meinen Truck selber beladen. Eieieieiei, Katastrophe, natürlich habe ich wieder meine Hände im Wohling gelassen, im LKW. Jo, ich zeige euch einmal die Frauchtpapiere, Altpapier, 15 Tonnen geladen, geht nach Tellers, Garge, erwartet wird es am Dienstag, 7 Uhr 23 bis 11 Uhr 33. Jo, der Rest hat 42 Stunden und 36 Minuten, das passt auch. Jo, meine Sportfreunde, lass uns einen LKW anwerfen. Lass uns loslegen. Ich sage, wann wir fahren. Jo, läuft halt mal gleich mal ein. Natürlich, was war, ich war, ich habe mein Handy nicht dabei gehabt. Ich habe natürlich eine neue Nachricht bekommen von meinem Boss. Die hören wir sich jetzt gemeinsam an. Einen Moment. Jo, wenn's los. Einen wunderschönen und guten Morgen gewünscht, lieber Hannes. Ich habe jetzt soeben die letzten Raten für deinen letzten Zug überwiesen an Mario. Und somit gehört uns jetzt der Westernstar. Und ja, ich hoffe, wir werden jetzt mit den Westernstar gut durch die Runde kommen. Und schauen, dass wir jetzt die Hans-Werlostung vielleicht auch austauschen. Okay, ich wünsche dir was. Servus. Jo, wer gehört uns? Jo, jetzt bin ich wirklich sprachlos, meine Freunde. Jo, dann möchte ich noch einen Kommentar vorlesen, wenn das noch da ist. Und zwar ist das bei ETS. Und der hat mir auch bei ATS geschrieben. Fort Wilhelm, Kiel 2346. Bitte von Wolfsburg nach Helsinki im Live mit der Fähre von Lübeck. So, an dich, schöne Grüße, gehen raus. Aber im ETS 2 bekomme ich die Tour von meiner Dispo. Und damit habe ich dir auch erst bei meiner letzten Folge bei ATS geschrieben. Bei der Folge Nummer 86. Nummer 87. Jo, äh, beziehungsweise. Ich kann mir die Tour nicht aussuchen, meine Freunde. Für dich sowieso. Ist klar, ich verstehe dich. Aber ich kriege die Tour zugeschickt von meiner Dispo. Die geben mir die Aufträge, wo und wann, wo ich fahren soll. Wo ich lade, wo ich entlade, das bekomme ich vom Dispo. So, wohlgemerkt, dass du auch Bescheid wärst. Grüße gehen natürlich raus an der, was mir dieses Kommentar angelassen hat. Jo, was tut sie Neues im ATS? Sehr, 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 sehr viel tut sich Neues. Aber jetzt muss ich mich da konzentrieren. Jo, HP, fangen wir mit HP an. Bei meinem Boss, das ist ja klar. Ja, wichtigste, der wichtigste Folge, allem der wichtigste, der Boss. Ich und die HP, die Austria, Power Austria, in Amerika unterwegs. Habe ich auch bei meiner, bei der Folge Nummer 86 gelesen. Kann ich euch nachher auch noch vorlesen. Er macht doch sehr schöne Videos, coole Folgen, schaut bei ihm auf den Kanal rein. Da kriegt ihr, da kriegt ihr die Stories mit, vom HP Wolf mit. Sehr schöne Folge, HP. Macht weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir. Und ein Hupper gehört dazu. Ja, da hab ich's. Jo. Dann kommen wir zum Micha. Ist von Deutschland ausgewandert, nach Amerika. So, I.T.L. Auch wieder sehr schöne Folge. Ich habe heute, wie ihr es gerade gesehen, ein neues Video ist von ihm veröffentlicht worden. Muss ich erst, das muss ich mir erst anschauen. Seine letzte Folge, sehr gut gemacht das Video. Sehr unterhaltsam. Ich mache weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir. Auch der Herr M-Punkt, dürfen wir auch nicht vergessen. Macht auch sehr schöne Videos. Sehr interessant. Mir gefällt die Videos. Das Einzige, was ich auch sagen möchte, ich bin nicht so. Ich schreibe hin und wieder mal einen Kommentar. Immer geradeaus. Ich vergesse immer zum Kommentieren. Jo. Grüße gehen natürlich an Herrn M-Punkt auch raus von mir. Dann kommen wir zum Michi Amon. Virtueller Trucker Story Michi Amon. Macht auch sehr schöne Folgen. Letzte Folge, Pickup mit dem Hänger. Auch sehr schöne Folge. Also mit dem Dodge Ram. Schönes Auto. Schöner V8. Sehr schönes Fahrzeug. Mach weiter so, Michi. Und halt die Stoffstange sauber. Grüße gehen natürlich raus von mir. Immer geradeaus. Letzt im Bund auch ein ITL-Fahrer von Ein-Meter der Christian LKW-Simulation. Werde auch für GPT. Werde hier Herrn M-Punkt. Grüße gehen da raus von mir. Macht der Passenheim. Grüße geht auch raus von mir. Jo. Ich muss wahrscheinlich links rum. Jetzt habe ich mir keinen Macker gesetzt, wo ich raus machen sollte. Immer geradeaus. Ich muss ja nur lachen. Ich kann nur lachen. Der da, wo ich zuerst weggefahren bin, da habe ich ja geladen. Ein guter, alter Freund von mir in Amerika Ich hätte mich gefragt, wieviel PS das ich im Westenstab habe. B 500 oder was in der Richtung. Hab's nicht in den Kopf gehabt. Sagt er, 500 PS. Ist dann schon schmach. Brauchst du nur mit 220 PS 720. Sag ich genau, sag ich, dass er da nur mehr Sprit verbraucht. Wie gesagt, Sprit Sparend fahren. Sag ich, und das Auto gehört eigentlich mir, das gehört eigentlich meinem Chef. Wenn der das wissert, dann kriege ich wieder du du. Wieder geschimpft. Dann wird er das wissert, dass ich jetzt dass mir der 720 PS soll. Oh Gott, das will. Schau mal, das schmeißt er mich aus die Futterfirma. Jo. Dann auch was Neues. Ich war auch was mitbekommen. Bin nicht so oft im Discord oder hin und her. Wahrscheinlich werden wir größer. Aber das dauert ein wenig. Und jo. Mal schauen, wie sich es ergibt. Vielleicht möchte der HP äh, dass ich die zweite Filiale leite als Chef oder Disponent je nachdem. Man weiß ja nie, was er mit mir vorhat. Man kann es ja nie wissen. Das Blinkgehöre geht schon wieder nicht. Aber jetzt fahr mal. Ja, wir fahren jetzt den schönen Sonnenaufgang. Das, was mich sehr freut. Und euch ja, unser neuer Kollege, der war für uns auch fleißig unterwegs. Also, Hut ab. Meine Freunde, für uns läuft es, da rollen die Räder. Da rollen die Räder. Meine Freunde. Wir bleiben LKW rechts. Lang, lang her im ATS unterwegs. Bin jetzt eine Weile ohne euch gefahren im ATS. Da müssen wir schon wieder obergehen vom Gas. Ich nehme grundsätzlich die Motorbremse nicht. Ist die Fußbremse lieber. Kann ich den LKW kontrollieren? Geradeaus. Hat mir auch jemand reingeschrieben. Ich durfte die Retard benutzen, auch die Motorbremse benutzen. Das tue ich generell nicht. Weil dann kann ich das Fahrzeug nicht kontrollieren, so wie jetzt. Und ich stehe. Jo. Mein Westernstar. Sehr schönes Fahrzeug. Aber wir brauchen dann sowieso mehr LKWs und Trailers, wenn wir größer werden möchten. Meine Sportfreunde. Aber mehr verrate ich euch nicht. Schaut beim HP rein. HP Wolf auf dem Kanal. Da bekommt ihr auch die Stories von ihm mit. Und auch von mir. auch nicht vergessen abonnieren. Kost euch nix. Drückt die Glocke, dann wisst sie auch bescheidert, wann das nächste Video rauskommt. Jo. Natürlich. ich schau dir weiter, komm schlaf nicht also, wenn ich nochmal zurückkommen dürfte für die Kollegen ein virtueller Trucker Story, der V-Transport der Amon wie im ATS er macht auch sehr schöne ATS-Videos der Michi Amon ist bei mir verlinkt auf meinen Kanal Info ja was ich dürfen, ja, wüsste ich nicht also Michi, geil, Michi Amon, wenn du irgendwas suchst zum Fahren in der Spedition umfahren, bewirbte bei HP Wolf wir suchen aktuell Fahrer also auch YouTube-Videos machen sorry, YouTube-Story-Videos bewirbt euch bei uns, wer Interesse hat bleibt in HP Wolf an bei Facebook Instagram TikTok Discord ja ich bin schon gespannt, wie unser Firmenhof in Houston ausschaut ich fahre schon lange nicht mehr in Houston wir fahren Richtung New Mexico nach Dallas immer geradeaus und von da aus wird es dann weiter gehen Richtung Houston dann werde ich wahrscheinlich der Erste sein mit einem Firmenhof vorbereiten zum präsentieren dürfen oder meinem Boss je nachdem ich möchte nicht streiten anfangen wer erst da unten ist in Houston weil ich spiele wenn du das zufällig hörst oder siehst beim Video nur dass du Bescheid weißt, dass ich Richtung New Mexico unterwegs bin und von da aus dann eine Rückladung nach Houston hab in unserem Firmengelände bin ich schon gespannt auf unserem Firmenhof meine Freunde wie der ausschaut mhm achso ohne Blanken mhm mhm ach super und jetzt soll ich rechts rum immer geradeaus ja geradeaus aber ich muss sagen rechts rum egal ei 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 da haben wir einen Gang außer Bremsen eh ne ei 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 mal schauen ich muss ich muss mit HP ein bisschen quatschen weil dass wir dann wenn wir das machen äh das sagen wir aber nicht mehr warten muss ich mal schauen muss ich mal schauen immer geradeaus immer geradeaus achso ist ja eh cool oder nicht jo das war schon was campingausstattung jo ooooh oh die geschnürschung was ist denn los muss ich die ausschirmen da oder was ach da kommt jetzt wieder ein videosymbol da werden wir dann stehen bleiben das da bin ich euch dann noch mit das 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 muss ich ehrlich sagen die landschaft ist wirklich genial voll geil im ATS das muss ich ehrlich sagen so schauen wir mal wo ich dann da stehen bleiben kann oh oha ah das war dann doch das des des der weg bis gleich den der das was das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bin ich nur gespannt, was jetzt der Mechanikermeister tut, wo es in der Werkstatt ist. Ich hoffe er errichtet meinen alten Kenrodjahr, den 100, bin ich schon gespannt. Noch einen Moment, ok, Maise, auf der Straße bleiben wir, nicht abblenken vom Telefon. Jo, jetzt wird der Maise richtig müde, dass ich wieder schlafen gehen kann. Ja, ja, geradeaus, haha, bis bald, kommt eine Kurve. Ich sag allweil, wegzumöbel auf, wenn eine Kurve geht. Uiuiui, heute bin ich aber zügig unterwegs. Ihr kennt das, was Bleifuß heißt, rechts unten ist Gaspedal, das nennt man Bleifuß. So, da kommt noch ein Punkt, da fahren wir auch raus. Diese Zeit nebe ich mich. Vielleicht mache ich da mal eine Pause. Kann ich auch sein, oder meine Freunde? Neue Route finden. Ach, es kann ja eine Route suchen. Wie ist das? So, ich schalte euch wieder weg und wir schauen sich das nächste Video an, wie ich so. Bis gleich. 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 Jo, so sehen Sie, wirklich lässig gemacht, stationell, oder dass ich das Wort rausbringe, meine Freunde. So, jetzt fahren wir noch einen kleinen Stickerl, bis zu der Tanke, und dann schreibe auch meine Fahrzeug zu Ende, und dann, und dann werde ich mit HP ein Wetterchen reden müssen. Verstehst? HP, ich, dein Fahrer, mach nebenbei Büroarbeit, und schau um gute Fahrzeuge, bekommst du den Nachricht von mir. HP, nächstes Fahrzeug, für den nächsten Fahrer, Threadliner, des Wagen, des Kenia, Threadliner, die sind jetzt im günsten Angebot, nur, dass du da schon Bescheid weißt von mir. Keine Sorge, ich werde den Western Star nicht abgeben, außer, mein, außer unser Fahrer möchte ihn ausprobieren, den Western Star ist kein Problem. Vielleicht überlegt sich der HP, und steckt auch um, auf dem Western Star. Man weiß es ja nie. Ja, dann knall ich mir 70, oder? Wie seht ihr das? Das wird sicher wieder ein langes Video werden. Ja, dann knall ich mir 55. Jawollo, wir sind gleich an der Tank. Ah, dann bremsen wir ein. Wir können sie nicht raus. Ein Stückchen haben wir schon noch, aber wir bleiben gleich langs, würde ich sagen. Links halten, und dann links abbiegen. Ja, Bremsnutter wäre es sonst auch voll die Gute. Darum kontrolliere ich immer ein Fahrzeug mit der Fußbremse. Weil, hin und wieder mal, wenn es bergab geht, sollte man nicht machen, bei Automatik, oder beim Schalter, beim Schalter, den Gang raus tun, und neutral lassen, sondern, das kann gefährlich ausgehen. Nur, wohlgemerkt, ich wollte es nur gesagt haben. Das habe ich, von meinem Laptop auch, ausgelesen. Sollte man nicht tun. Ey, ins Spiel bist du es eh nicht du. Na. Weiß ich, was schlossen. Ei, 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 jetzt gefreie ich mich. Jetzt gefreie ich mich auf ein Feierabendbier, meine Freunde. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ein Feierabendbier schreit. Ei, 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 ei. Wohlgemerkt, Fahrtenbuch könnte ich hier auch im ATS schreiben. Aber, ich tue das nicht. Das mache ich nur im ATS. Weil ich dafür eine andere Speditionsfirma fahre. Und, da tue ich das Fahrtenbuch schreiben. Ich wäre jetzt auch mal bei meinem Wegepunkt vorbei gefahren. Aber da an. Da gibt es Ärger. Oh nein. Da kehren wir nicht. Hier sieht mit der Fahrzeit noch aus. Ich weiß, dass ich schnell ab bin. das muss so sein. Weil die Pause schreit. Mein Kastl läuft schon. Auf. Uh. Aber ich soll den LKW auch nicht so schrubt fahren. Rechts halten. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Jo, Chef. Machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir doch. Demnächst rechts abbiegen. å So, meine Schwarzfreude. Das kann ja schon nicht besser laufen. Das... so passt ja gut das passt ja optimal würde ich sagen so Fenster runter, Warnblinkanlage ein und so rückwitzkommen so weg ja ja meine Freunde ich mache hier meine Pause und bei der nächsten Folge werden wir uns da wieder sehen meine Freunde ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen vergesst es nicht abonnieren nicht abonnieren vergesst es nicht abonnieren kommentieren Räumchen nach oben ich sage Dankeschön fürs Zuschauen losz mal abu doch kommi whatever ich sage wenn du ich habe ich sage dir